Hallo, mein Name ist Claudio Dreher, ich bin der kaufmännische Leiter von der Firma Celoglo. Ich darf Sie hier herzlich begrüßen auf dem Stand von der Celoglo Handels GmbH hier in Köln auf der Anuga 2021. Die Firma Celoglo ist ein deutsch-türkisches Produktions- und Handelsunternehmen mit Sitz in Gertring, südlich von Stuttgart. Wir produzieren vornehmlich Produkte aus der Türkei oder in der Türkei für den europäischen und weltweiten Markt koordiniert. Und die ganze logistische Organisation findet in Stuttgart statt. Von da aus kommissionieren wir die Waren kundenbezogen für ganz Europa. Mit eigenem Lager, mit Mitarbeitern vor Ort betreuen wir unsere Kunden. Unser Anspruch ist es als Familienbetrieb, familiäres Umfeld zu schaffen, dem Kunden den besten Service zu liefern, zeitnah zu liefern mit den Produkten, die die Menschen zu Hause brauchen. Unser Anspruch ist es, sämtliche Produkte des täglichen Bedarfs liefern zu können. Und daran arbeiten wir tagtäglich, um unser Produktspektrum entsprechend anzupassen und weiterzuentwickeln. Firma Ciloglu legt größten Wert auf Qualität und Geschmack. Das ist unsere größte Promisse bei der Entwicklung von neuen Produkten. Wir orientieren uns auch sehr stark an Kundenbedürfnissen, nehmen Kundenwünsche sehr stark auf. Also auch unsere Kunden äußern Wünsche, die wir versuchen in Produkte umzusetzen. Und aus diesen Partnerschaften, die ja lange Jahre bestehen, entwickeln sich auch die Produkte, die wir herstellen. Also wir haben uns wahnsinnig gefreut, wieder auf der Anuga zu sein. Es ist eine sehr tolle Messe, hat uns sehr gut gefallen. Ein internationales Publikum, man merkt nach der Corona-Zeit, dass die Menschen wieder reisen möchten, was Neues kennenlernen möchten und sind begeistert über die Produkte, die wir anbieten können. Wir freuen uns auch, auf exotische Länder liefern zu dürfen, die wir bis jetzt noch nicht im Portfolio hatten. Wir sind überrascht, wie groß das Interesse ist, auch aus kleinen Rändern, wie zum Beispiel Mauritius. Wir hoffen demnächst auch dort Produkte von uns platzieren zu können. Wir sind überrascht, wie groß das Interesse ist, auch aus kleinen Rändern. Wir sind überrascht, wie groß das Interesse ist, auch aus kleinen Rändern. Wir sind überrascht, wie groß das Interesse ist, auch aus kleinen Rändern.